Zu jeder Hängematte gibt es auch einen passenden Ständer. Elisa von La Siesta sucht für ihr geliebtes Gartenmöbel einen Ständer aus Holz. Zusammen mit Christina schaut sie sich im Lager um und wird schnell fündig. Christina! Der La Siesta Kanoa ist genau der richtige. Den gibt es in verschiedenen Größen für Single- und Doppelhängematten und für Elisas 4 Meter langes extra großes Lieblingsstück. Die Bögen sind aus FSC-Holz hergestellt und kommen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Skandinavien. Dank der einfachen und stabilen Konstruktion ist der Kanoa blitzschnell aufgebaut. Mit Quick Extend lässt sich die Aufhängehöhe so justieren, dass die Hängematte perfekt durchhängt. Für den idealen Liegekomfort. Der Kanoa CNS 20 ist für eine Belastbarkeit von bis zu 200 Kilogramm zugelassen. Sonne und Regenwasser machen ihm nichts aus. Mit dem Kanoa haben Elisa und Christina ihren Platz an der Sonne gefunden. Wir sind wichtig, dass es eine große Partner hat. Vielen Dank.